ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen video in diesem video nehme ich euch mal mit in mein training und zwar trainiere ich heute mein oberkörper also ich habe nicht einen push pull plan sondern ich mache immer beides zusammen dafür habe ich aber zwei beintage auch mal und ja ich hoffe ihr werdet spaß im video haben und bis gleich so Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020